UNTERTITELUNG 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 Stay down! Meine Allah, gib mir Geduld und Kraft und beschütze mich. Ich weiß, dass du der beste Beschützer bist, wenn du bist der Allwichtigste. Ich arbeite für die amerikanische Regierung, ich bin dir um ihnen zu helfen. Ich habe ihnen gesagt, wie wichtig es ist, dass sie mir die Wahrheit sagen. Aber ich sag Ihnen doch die Wahrheit. Ich kann einfach nichts gestehen. Sie sind ein stures, dummes Kind. Ich bin dumm, weil ich kein Terrorist bin? Das hier ist kein Spiel. Nicht für sich. Bring ich was zu trinken. Was ist mit dem? Er ist ein Freund von mir. Der sucht sich junge Typen, Versager wie Sie. Die bringt er in die Moschee und unterzieht sie in der Gehirnverschreibung. Verlauben, Herr Penner. Wie läuft's? Ich will ihn mit dem nächsten Flieger nach Berlin zurückschicken. Ja, das geht aber nicht. Sonst, wenn Sie es wollten. Heute lernen Sie, was regelt. Eine Regel lautet, keine Haustiere. Ich will, dass Sie es töten und es mir dann bringen. Sie sehen ein bisschen mitgenommen aus. Wie viele Tage, wie viele Tage. Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Nicht nur ein Fetzen. Beweismaterial. Ich will, dass Sie es bei uns. Ich will, dass Sie alles nicht. Sie ist, dass Sie das nicht die Höhe, die Hellen von uns.